Mario Ja Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Leech of Legends Folge von eurem Suppenhuhn LP mit dem altbekannten Kairuno oder auch Lucas der Suppenschüche oder auch Let's Playsupper oder auch Maurice oder auch dem Creeperman und einem neuen Gastileinchen Stingsbumsi The Dark Shader beziehungsweise Patrick Hi Ja Hallo Hallo schon Hallo schon Na Mensch, mein Gott Was macht ihr denn hier? Magst du Säbli haben? Oh mein Gott Was machst du denn hier? I'm running through the lane and then I say hello to Vel'cos Oh mein Gott Der redet mit mir Finally vorhin habe ich einfach mal meine Tasten verdrückt Oh mein Gott Oh mein Gott Weißt du was du mit Dings machen musst? Halt mal SDRG gedrückt und mal ganz schnell die 3 Oh yeah, oh ja, oh ja Uga uga Headbanging Das sieht aus wie so ein Steinzeitmensch Der Headbang Uga 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 Muri, da auf! Was tust du? What the ass? Awww Muri Wie das aussieht das? Ich bin nicht mit dem 5 Minutes. Mori, du weißt schon, dass du Warts setzen solltest. Hey, ich kann den Stein wirklich flambieren, das ist irgendwie so unruhigend. Ah, er glüht jetzt schon. Lecker, Steine! Die esse ich doch so gern. Und zum Frühstück? Oh ja! Oh! Frühstückstein! Yummy! Oh, so delicious! I love the Bodhi! Bring me that ass! Oh nein! Oh Gott, ich müsste mit Blitz kommen! Oh, da kommt der Bring me that ass! Oh nein! Oh nein! Nein! Er ist nicht gestorben! Ähhhhhhhhh! 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 Das hört sich ein bisschen verstören gerade an. Ja, ich weiß. Da wüsstest du mal unsere Tür hören, ganz ehrlich. Ehhhhhhhhh! Ja! Ja! Hahaha! Genial! Da haben wir vorhin... Wir haben wirklich vier Minuten Videos von der scheiß Tür gemacht, wie die quietscht! Bist du jetzt? Ja! Da mach ich bald so ein Remix draus. Geht ab, geht ab, geht ab. Die Dapp, de Zaubertür! Ja, genau. Na hier, es gibt doch auch Windows-Error-Remix-Zeugs. Dann machen wir einfach von der Tür das. Ja, Remix-Zeug. Dings erklärt. Das war's nice, Bro. Der flasht und haut einfach in die Luft. For the champions, for the champions. Der war schlecht. Der macht das euer Euklei wieder. Ich muss meinen Trothand gleich wieder machen. Jetzt stirbt er aber. Nein! Was tust du? Töne ihn! Töne ihn! Er hat mich verslowed hier. Man! Ich verslowed. Ach, mein Fals. Ich mobb dich gerne. Warum mobbst du Steine? Weil dieser Stein nicht Fabulous ist. Fab, Fab, Fabulous. Okay, ich... Oh, Israel. 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 Israel, ja. Ich hab... Ah! Oh mein Gott, wo kommt der her? Ah! Ah! Nein! Maranda ist nicht perfekt. Irgendwie spielen die alle scheiße. Irgendwie spielen die alle scheiße. Mann, der hätt mich doch killen können. Ja eben. Mein Malfight nicht. Mein Malfight, der spielt sich überrecht gut. Sei doch froh, da hast du wenigstens einen... ... ebenbürtigen Gegner. Ja, nur weil sollte mir mal bitte helfen. Weil ich komm mir grad mit Farmen nicht ganz hin. Musst du ihr doch sagen. So. Ja, hinterherkommen tue ich genauso wie mich. Polizei kommt ja auch nicht von allein. Hehe. Oh no. Musst du in den Chat mal so 110 schreiben? Ja. Das mach ich gleich für den nächsten Gang. Hihi. Hashtag 100. 100. 110. 111. 111. 0111. Kompi, näher kurz. Mal kurz sagen, warum willst du hier schon Kompi näher kurz, oder wat? Ja! Ja! Lasagne! Oh, Lasagne wär cool. Oh, so ein Katernblü. Ich will jetzt ein Katernblü. Warum krieg ich's mal mit ein Katernblü? Wir haben keinen. Aaaaaaah! Ach, wir haben noch hier ein Katernblü. Mahaha. Manno. Wenn du eins willst, musst du vorbeikommen. Mahaha. Ich breite meine Shyvana-Flügel aus und fliege jetzt dahin. Von der fetten Shyvana. Ja, und dann rollst du da aus. Und dann rollst du da aus. Ja. Ah, diese Wunde war gerade so genial. Ich werde in so einen kleinen Flachwitz gemacht, dass Shyvana ja, wenn sie gefiltert ist, was ein kugelrunder Drache wäre. Und die Vorstellung, einfach so ein kugelrunder Drache mit solchen kleinen Flügelchen, der versucht zu fliegen. Aber nicht vom Fleck kommt. Das ist einfach irgendwie so guldig. Ich habe einen Kill. Oh mein Gott. Best Day of my life. Oh. So geil. Das fängt bei mir oben wieder nicht so gut an. Ich kriege dem Fall gerade nicht Platz. Das Problem. Danke, Maurice. Danke dir. Danke, dass du ihn geslaut hast. Bitte. Na komm. Krissi? 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 Den Krissi. Da ist Chris. Den kriegst du. Ja. Easy. Aber man sollte nicht schreiben, wenn man so leicht ist. Nein, Israel ist hier unten. Israel. Das war so easy jetzt, Junge. Einfach so reingepisst. Alter. Das ist ein Glück, weil kein Strom drauf machen. Kriegt man gleich Strom auf den Zinkalle. Da zwiebelte Winkel. Oh na. Nettes für den Viecher. Diese Alice da, ne? Er spielt so gut. Diese Alice. Wo ist Alice? Ich will sie schlagen. Hier unten. Das ist die goldene Milga-Kuh. Die goldene Milga-Kuh. Worries, da ist ja aber ein Fake. Eine Fake-Milga-Kuh. Aber so gut wie ein Faker spielt sie nicht. Ist ja auch eine Milga-Kuh, Mann. Milga-Kuh, Mann. So, mal gucken. Also Syndra. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit mir Ulti ausgebe. Oh Gott. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben, Mann! Aber sie wollen, dass du stirbst. Nein. Ich bin sie so liebenswert. Ich bin sie so liebenswert. Du musst mich wählen. Ja, ich bin ich. Oh, was? No. Nope, 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 nope. Ich schreib jetzt mal nix zu dem Dissendang. Was? Warte. Ich will nicht. Sarah, den Gang hättest du sehen müssen, ja. Heute nicht. Die Kartoffel. Heute nicht. Lol. Nein! Ich bin jetzt mal nicht geil und Minion geil und gehen. Hm, was ist, Maurice? Das hättest du doch eher machen können. Uuuuh, gute Jerks. Nicht, wenn du fast tot bist. Ja, doch. Ey, so hätt mich jetzt grad fast geklatscht, ey. Dann kommt's cooler rüber, ne? Ah. Hier, wie diese Werbung immer mit dem Schlag ein. Crack. Hä? Aber, Maurice, meine Frage. Okay, man, Sunshine. Hm? Yeah! Warte, warum? Guck mal, ich mach mal einmal ne geile Aktion und du bist direkt wieder auf meiner Lane. Mit den Augen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Maurice! Warum sind die alle da reingerannt, Mann? Was? Ah Scheiße, ich mach meinem Zuppenhuhn hier. Keine Erre, ey. Ich geh mit einem Trotan fremd. Ah, ah, ich bin so evil, was ob er wäre. Evil Chicken. Nope. Capgank. What the fuck is going wrong here? Und du... Ja, leck mich doch am Pupu, Mann. Ja, leck mich doch am Pupu, Mann. Weiß ich nicht, wo ich erst rausfinden. Schöne sie. Schöne sie. Alistair, dives hier einfach. Leck mich doch am Pupu, Mann. Komm da drauf, Karli. Ich bin nicht klar, was du gesagt hast. Leck mich doch am Pupu, Mann. Hashtag Pupu, Mann. Oh, Mann. Da ist ja immer noch ein Zückerli. Oh, Zückerli am Pupu, Mann. Ja, leck mich doch am Pupu, oder ist sie gar nicht? Gott. Gott, dein Niveau sinkt. Es ist zu spät. Ich... 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 Ohja. NaOH! Now NEIN! Now sehr NEOP! Ach Ach Lise, Nia. Ach, ich will nicht, chnach Ohhhhh! Der tut dann ist es zuари, hey, aber... Höhöööööööööööelläheöööör könnte. Okay, notTT jetzt spiel ich wieder scheiße und jetzt bin ich wieder ja mann weil wenn du gut spielst dann surrendern die immer wir möchten das nicht gefilter set ist nicht schön ich hab dich gestern aufgegessen deswegen die wir rache nehmen ich muss hier weg ich muss hier weg lauf mori es lauf extra mit per vol gewaschen wollen wir da mal hingehen zu diesem dragon extra mit per vol gewaschen ich hab den drachen gewaschen mit per vol vielleicht ist er ja eingegangen ist jetzt so ein mini dracker im trockener geschmissen den drachen müsste man mal mit shihwana machen so kleiner fetter drache wie süß ist das denn doch die dünnen die anderen rausgezogen ich habe eine nachricht ich muss sie lesen da kommt alles da und wo er ist dann da ist mit reiß wo alte die device die��rian das leben dies bleibt ist die 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 ahnung Warum macht die so viel Schaden? Weiß ich nicht. Weil du Lukas heißt. Hey, Lulisin. Du blingst, wuggele. Vielleicht hat er auch was am Bubu gemacht. Der hat sich am Bubu mal wehgetan. Oh nein, dass er es da ist. Nein, geh weg. Aua, Bubu. Aua, Bubu. Ey, wenn es einer versteht, Lukas. Ich weiß, warum Lulisin so eine Bandage um sein Gesicht hat. Der hat nicht genauer Optik. Der war so schlecht. Dass er schon wieder geil war, ne? Solange er kein iPhone 6 hat. Kannst du knicken? Der war schlecht. Ja, der war schlecht. Der, 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 der kam flach. Der kam ganz flach. Er kam von unten an. Bitte flame sie sin nicht. Er kann seine Probleme nicht sehen. Oh, jetzt hast du wie beleidigt, Mann. Die liebt den vielleicht. Vielleicht beschnüffeln sie sich gegenseitig. Komm direkt an. Komm wieder, das muss ich schnell gehen. Oh der давайте, was denn? Kannst du eh durch��는. Und dann kannst duerekend. Wir helfen dir, damit du wieder zurechtkommst. Du spielst gar nicht so scheiße. Nein, er spielt nicht scheiße. Nein, er spielt nicht scheiße, okay? Das ist nicht beleidigt, das ist eine... Das ist ein Bodlein. Gehörnaussetzer. Hast du das gehört? Wie beim Fernseher, yo. Einfach die Tür. So Krisel-TV. TV-Störung. Die Tür? Die Tür, ja. Die Tür auch noch so geil. Der sieht mich auch nix. Maurice, das war Türgasm. Komm lieber weg, komm weg, komm weg. You know why, come back. Lukas feiert sein Comeback. Hehehehe. Hi Maurice. Jetzt kommen die da. Scheiße. Das war jetzt richtig episch, Maurice. Ich wollt meine Ulti nicht machen. Oh, Maurice. Ich würd nur irgendwas stemmen, aber nicht die Ulti. Wer denn jetzt brauchen wir so? Oh, da kommt sie von hinten vor. Oh ja, jetzt braucht ihr sie. Hilfe! Hilfe! Die Megakuh! Ihr Rache ist böse. Ihr Rache ist böse. Geh weg! Nope! Dirk! Makaio! Hasaki! Makaio! Makaio! Wollen wir jetzt wagen? Ich hab meine Ulti frei. Nichtsit! Hm, mich nicht. Oh fuck, der Malfight. Okay, da ist die Megakuh. Megakuh könnte ich klatschen. Maurice, geh mal zum Stein. Ja, danke. Zum Stein. Da weiß ich. Ihr habt Megakuhs geklatscht. Welcome back, me! Ja, der ist auch weg. Nein. Ich hab die Megakuh geklatscht. Wollte der gerade kommen. Ich hab die Megakuh geklatscht. Hat mir geklatscht, der nicht mitkommen. Wie kommen die Smarties in die Megakuhsfoto rein? Das willst du nicht wissen. Oh, Maurice, nein. Ist jetzt irgendwie die Toplane eure Favoritelane oder was? Ja! Na Top und Bot, das klingt auch so gleich, okay? Die Lanes, die kommen und gehen. Wie das so ist zum Leben? Lanes kommen und gehen, nur du musst jetzt auf die Bot, okay? Wenn ihr den Tower bekommst, dann schön. Wir gehen einfach zusammen, aber einfach auf andere Lanes. Ich hol mir jetzt den Esi hier. Oh, ich dachte, ich soll mir den jetzt callen. Okay, dann hol ich mir Syndra. Nee, warte, komm mit. Ich hab noch die Megakuh drunter. Können wir zusammen mit ganz schön als Typ. Oh! Ja! Das ist jetzt Bad! Oh, hi! Megakuh! Come back! Nein! Hast du ein Schwein? Hast du ein Schwein? Man muss ein Schwein sein auf dieser Welt. Ah! Schwein sein! Ich hab dir gar nichts getan. Was hat der Megakuh jetzt grad versucht? Ich weiß es nicht. Kleine Megakühe zu züchten. 먹고 vonuirn oder keine Ahnung. Ich glaub, der hockt hier in einem der Gebüsche. Truhtran, across this Sheet. Der spielt zehn Andreas Buschkind. So! Ok! Ist er nicht. Egal! Die Syndra! Die Syndra! Die Syndra! Ja, hab ich gerade auch gesehen! Syndra, ist Syndra! Ist der Dragon schon wieder da... Was will denn der, ey? Mann. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, das ist nicht geil. Alalalalalong. Oh oh. Oh Dirk. Oh, da ist ein Trage. Kone. Das ist ein Trage. Maurice, renne. Hä? Renn schneller. Wie ist die Milkerkuh jetzt? Hast du gerade diesen Milker... Frampier dich. Hast du gerade diesen Milkerflash gesehen? Milkerflash. Ihr macht das schon, ne? Warnung. 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 Ich finde die goldene Milkerkuh. Gefunden. Auf roto.de. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Null. 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 Wieder einfach alles tankt. Und ich habe ein Auto-Attack gemacht. Also sie werden jetzt offiziell mitgefickt. Nice. Zäpfchen. Was? Hallo Madfight. Sie werden flambiert. Was? Jetzt wurden wir Laser da, wo ich nicht gelasert habe. Okay. Hier steht schon das... Maurice voll Laser. Kennst du das Bild? Hm? Kennst du das Bild voll Laser von der Angela Merkel? Hm? Kennst du das? Oh. Die Wahl steht 0-1. Das hat grad so schön gepackt. Baaah. Nö. Das ist für mich Neuland. Das ist einfach nettes Neuland. Was? Ach, Maurice. Hm? Hi. Ah. Bist du öfters hier? Hm. Ne. Schade. Ich möchte eine Malphite flambieren. Ich hab nur jeden Tag viel Job lernen. Ich spiel viel zu viel zurzeit. So, schau. Dann bin ich fast sweet und so. Waaah. Das kannst du ja gar nicht wie die anderen. Ne. So viel spiel ich jetzt auch wieder nicht. Na Lukas, du hattest auch eine Woche Pause. Du zählst nicht. Ja. Hallo. Außerdem hattest du Zwangspause, ne? Boah, denkst du, ich seh dich nicht, du Kackhaufen dahinten. Kackhaufen dahinten. Ach, Mann. Lass mich durch. 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 Ach, nee. Nicht der schon wieder. Oh. Oh, no. Renn, Maurice. Der macht seine Ulti. Gut. Was? Diese verrückte Lache einfach mal. Wo ist der? Ha. Alter, die Lache. What the fuck? Nein. Ich habe meine Ulti versemmelt. Bin ich, Brötchen? Lobzück. Oh shit. Oh, geht doch mal in eine andere Richtung. Ganz ehrlich, was rennt der mir hinterher? Du... Ich habe gerade schon gedacht, mehr konnte ich nicht machen. Ich wollte ihn auch retten. Die Milka-Ku pack mich nicht und das nach all den Jahren Treue. Du hast die Packung mir ein oder die ganze Zeit rumliegen und dann vergammeln zu. Ja, aber das ist ein Geschenk vom Danny geworden. Das esse ich jetzt nicht. Das darfst du nicht aufhören. Das sind Milka-Herzen, okay? Das ist ein Unterschied. Okay, bei Milka-Herzen würde ich auch nicht essen. Milka-Ku-Herzen. Ach komm, scheiß auf die Herzen. Ich habe schon letztens mal geschafft die Gummibärchen-Zerchen. Du hast das Brecher, du. Boah, die schmecken lecker. Boah, jetzt holen wir hier aber die Flavitze raus, Alter. Jetzt holen wir die Flavitze raus. Ich fress Popcorn. Ich flambier dich. Flambierst du mein Popcorn, dann poppt das doch schön. Ja komm, flambier dich ein bisschen. Chio 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 Rumble. Hört man das Knuspern? Chio 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 Jinx. Die sind voll teuer. Nein. Oh, es wird auf einmal so heiß hier. Habe ich letzten Sinter-Discan gefunden. Oh, es ist so heiß hier. Du bist so heiß. So flambiert. Heißt. Oh, da ist jemand der denkt wir sehen ihn nicht. Ey, warum heiß? Jo, es wird doch nur kalt serviert. Gute Tag. No God. No God aus Malmö. Brauchst du Snickers? Gute Tag. Machst du da bis 1 zu 1. Wie geht das hier? Wollt ihr Elsie mich gerade hitten? Ja, ganz hart von hinten. Warum kommen immer alle drei auf mich? Das gibt Rache. Komm her. Ja. Weil die alle hinzu gehoben. Okay, geh weg. Oh, Dirk. Oh, Dirk. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Ach, der Typ ist fast tot. Oh, die holt die im Readygab. Die Arschkuh. Rage Popcorn essen. Lass mein Popcorn in Ruhe. Komm gleich runter und höre Popcorn. Ja. Blech Popcorn. Also, die sind 3,4. Okay, jetzt ist sie hier. Ja, jetzt ist mein YouTube der Freude Punkt. Aber ich brauche noch 4 Sekunden. Hehehe. 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 Ich höpfe ein bisschen. Mach Spass. Ja. Das sind Grand Mailfield auch weg. Boah. Komm. Da ist er wieder. Komm, du Steine. Steine können sich nicht bewegen, also. Steinscherle, Papier. Da kriegt jemand mal 0. Geh ich also hier erst mal hoch. Wollen wir nach dem Blue von denen gucken? Ich steele euch den Blue. Nice gesteilt. Ja. Oh es will ok. Der kriegt klatsche. Der kriegt klatsche von Oma. Klatsche klatsche es real. Oh nicht Malfight. Tschüss. Und die Milka Kuh das gäbe es doch nicht. Doch bei Rollo. Mann ey mach den weg hier. Nice. Maurice Achtung von hinten. Oh. Ich muss weg denn Maurice deswegen. Nein. Geiler Flash. Bester Flash EU West. Nein. Das war als bester Flash EU West. Das war als bester Flash EU West. Der Flash üben wir aber nochmal ne. Okay. In der Tat. Das ist korrekt. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Aber dafür hasse ich dich jetzt. Was? Was denn? Was denn? Für was? Ich dich nicht nur vorsichtig. Ich auch nicht. Die Leute haben noch nicht einen und sieben Dragon bekommen. So ich hab nur einen Kill. Ich hab sieben Kill. Ich hab auch sieben Kill. Ich hab auch sieben. Und sieben Tote. Und sieben Tote. Und sieben Tote. Und sieben Tote. Und eine Syndra. Hey ich bin tot. Nein bist du nicht. Doch. Jetzt wird weggekackt. Wie machst du das Maurice? Ah ne ich will's gar nicht wissen. Sag's mir nicht. Ich weiß noch. Wir hatten doch mal solche kleinen Pokémon Figuren. Und da war doch so ein Kugel dabei. Hm. Der hat immer die Kackattacke. Okay. Oh Maurice weißt du noch hier dieses Taubenspiel. Oder kennst du noch diese, diese SWAT Typen ohne Beine? Ja. Die SWAT Typen. Leute habt ihr das gerade von mir gesehen? Nein. Ah gut. Zum Glück. Hm. Denk ich mir gerade auch. Oh guck mal die Top Lane ganz vorsichtig an. Sarah. Ja. Ja. Boah. Ich stand hier. Ja. Hab da immer Entscheidungen gemacht und hab hierhin geflasht. Geil. Und dann hast du dorthin geflasht und dorthin geflasht. Dann kannst du auch keine Pics mehr machen und halt. Wisst ihr. Vor ein paar Tagen war hier ein Pickling. Ich stand hier. Und ich war nicht eingeladen. Oh. Dann kommt der Red Waffanal alles abgenommen. Das ist schön. Das musst du so machen. Du musst Prioritäten setzen. Mann. Da kommt so ein fettes Minion voll in dein Gesicht geflogen. Haha. Ich hasse Dings. Der Malfoy ist der Einzeste der mir da ehrlich gesagt Angst macht. Der Einzeste. Jo. Vier Aushälte. Scheiße. Ja. Ich krieg ihn aber trotzdem down. Den kann man nicht wegkacken. Da braucht man mindestens zwei Portionen. Er hat zwei Cornflakes zum Frühstück gewesen. Zwei. Zwei. Mit Milka. Mit Nägeln. Ey dann wär's aber Chuck Norris. Oh ne Milch. Oh ne Milch. Oh ne Milch. Kann sein dass hier Viecher kommen. Oh mein Gott. Die haben da gewartet. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, wo bin ich hier hingerannt? Ganz ehrlich, ey. Warte, renne ich zurück! Komm bitte zurück! Nein! Fuck! Die hat so wenig Leben! 53, 11... Kacke, was habe ich jetzt gekauft? Achso, ja, kacke. Der ist das Target. Der bekommt keinen Schaden, oder? Bissi! Bissi, Bissi, die kleine Späne! Kleine Spinn... Na 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 na! Kleine Spinnen, die spinnt! Oh, spinns, jawoll! Ja, ich bin auch ne Spinne, lass mich doch! Ich hab ne Spinne neben meinen Spinnen, und der sag ich immer so zu machen! Oh nein, mir ist Popcorn runtergefallen! Warte, ich hol's mir! Oh nein! Ich frag mich grad, wo gerade man merkt, dass das 51 ist. Ne. Wenn der Lukas ruhig ist. der ist noch geschafft von englern wie kannst du eigentlich nach der reise zu wach sein warum mehr ich habe damit und dort im ort 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 das war alles seltsam Loll, da drüber DC? Oh, doch nicht. Du wirst jetzt geklatscht, Alter. Du kriegst Klatsche. Du kriegst Klatsche, du auch. Ich komm nie dazu, eine schöne Ulti zu machen. Gut. Dankeschön. Ich tank alles, oh du Kack-Minion. Jetzt müssen wir ganz schnell durchpushen. Wir sind schneller als der da unten. Ich werde jetzt auch einfach alles brauchen. Der macht jetzt eh rückfort. Einmal durchgerasselt hier, ey. Loll. Krieg keine Klatschen mehr ab. Ja, ich bin positiv. Oh, scheiße, lauf lieber Sarah, oder? Ja gut, da kommst du noch weg. Ich komm aber nicht weg, weil ich zu lange gewartet habe. Ah! Tududu! Mammut! Hello my lady, hello my lady. Also ich find Syndra und Eswil können nix. Ach, hast du wieder meine Alte mit benutzen? Naja, Syndra, die knallt dann immer alles auf dich drauf, sobald sie alles ready hat. Syndra knallt gerne mit den Balls. Die hat solche dicken Balls, ey. Mit denen kann man so richtig schön die Blue Balls schaukeln. Die lässt die Balls hängen. Oder einfach mal den Blue Balls verkacken. Hihihihihi. Hihihihihi. Ei, hat nix damit zu tun. Was hast du dann für Hänge Balls, wenn du schon mit denen werfen kannst? Melonen. Guck dir Söhne an, ich glaub das sagt alles, oder? Man hat Melonen. Melonen? Die an Schlafsäcken hängen. Mmmh, nam, 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 nam. Hab ich schon mal auf Melone. Ah, so Honig Melone wäre geil. Ah, lecker. Oh, lecker. Alter, wir haben 1 Uhr nachts irgendwie nix besseres zu tun, als an Melone zu denken. Ja, und hängen die Balls. Melone, die Krone. Nein, das war der Hooker. Nein, da sind viel zu viele, da geh ich nicht hin. Aber ich werde gezwungen da zu bleiben. Hände Gold. Hände Gold. Keine Ahnung, wo die zu kommen. Was? Carry Gold? Carry Gold. Fehlt nur noch Seitenpacher, Müsli. Hier ist ein White Merch. Und ein Milka Kuh. Hä, die? Das ist so schlecht immer, was der macht. Jetzt wollte ich noch mal Static Stich kaufen. Static Stich? Stich. 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 Ich hab'n Sonnenstich, Alter. Ich häng' fest. Ich häng' fest. Ich häng' fest. Dar'n Sonnenstich. Bist du bei den Balls hängen geblieben? Nee, bei den Marsalen. Der hat mich eingecratcht. Ich hab' mich so eingeenged gefühlt. Ich will hier raus. Alter, mich hat hier irgendeiner gefolgt, ja. Ich helb' dir raus. Simotion LP. Kennt den jemand? Ja. Ach nee. Der ist doch schon tot. Ja, eben. Kann ich ne Ulti hinterschmeißen? Nee, bestimmt noch. Nee, lohnt sich nicht. Aber ich steh' noch nicht negativ. Panic Skills! Negativ! Du hast das N-Wort gesagt. Kartoffel. Tief. Kartoffel. Du hast das böse Wort gesagt, welches? Kartoffel. Oder meint du Neger? Du hast es schon wieder gesagt. Au, ich glaub' ich bin tot. Ja, ich hab' SS gekriegt. Kann mir jemand sagen, ob ich tot bin? Ja, du bist tot. Nein, du lebst noch. Was? Ach so. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Vertrauen, Lukas. Er lebt noch. Und warum kann ich mich da nicht bewegen? Und warum faulenzt Velcroz so auf dem Boden rum? Weiß nicht. Of course it's Velcroz. Ist das der neue Taun? Ja, da musst du auch mal den Centafel reinlaufen lassen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was denn? Macht mal statt dem Velcroz da, ne Schlange hin und dann habt ihr das Razer-Zeichen. Razer ist ja ne Computermarke. Hm. Oh. Dann habt ihr echt ein Razer-Zeichen. Was ist Razer? Ich hab ja mal ne Razer-Maus direkt neben ihm. Der sieht wirklich genau so aus. Was ist Razor? Razor? Das ist ne Computermarke, die stellt zum Beispiel ne Maus oder Tastaturen für den PC her. Hm, okay, wir hatten von wem nachgemacht? Im Dota gibt's nen Champ, der heißt Razer. Hm, ich denk Razer hat's von Razer geklaut. Das denk ich auch so. Das ist genau meine Rede. Kann gar nicht anders sein, ne? Ja, geht gar nicht anders. Razer hat Razer betrogen. Er ist mit Razer fremgegangen. Geraizert. 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 Maurice, los. Geh mal rein, tanken. Okay. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist doch mal was schönes. Kann man machen. Kacki, da ist einer. Muss man aber nicht. Habt ihr das gesehen? Hast du grad gesehen, was ich gemacht hab? Ey, ich sag mal bitte, du hast auch die Video drauf. Weiß ich nicht. Ich hab seit geflasht. Was? Du hast gerade geflasht und geflasht, das bedeutet ich stets zum Beispiel gestandiert, ne? Ja. Was? Was? Was war das? Was war das? Sarah, kein Penta. Hä? Und das war richtig scheiße für den Wald? Hab ich nicht. Ich weiß Sarah, weil ich Scheiße erzähle. Ich mag Scheiße. Scheiße ist lecker. Sie ist so wie du, ne? Nice one. Okay, das war verschissen von mir. Das war jetzt mal so richtig verschissen einfach. Ich hab vergessen zu trotzdem. Oh, die, die, die macht, die macht, LOL. Das war, das war ein Challenge, okay. Gameplay. Ich hab jetzt richtig verschissen gerade, Alter. Ich hab vergessen zu igniten. Warum hab ich nicht ignited? Ich bin so ein Idiot. Ja. Ey. Ignite ist überbewertet. Ja. Wirklich, mit Ignite hättest du die Sundra jetzt gehabt. Ja. Am Ende ist hin kein Problem mehr gewesen. Ignite ist kacke. Mureus, wir müssen frei aufpassen, ne? Ach was? Setz Warts. Setz mal deine Wartzen los. Ne, ich hol mir gleich ein Item mit Wart und dann hab ich Wartzen. Setz deine Warzen. Warzen. Let's warts together. Die Milka-Ko kommt von hinten. Ne, ich will keine Milka von hinten. Milka von hinten? Ja. Die kommt doch aus. Weiße Schokolade. Mmm. Oh, jetzt wissen wir alle, wie die hergestellt wird. Jetzt wissen wir, was der neue Alice das gibt. Ach du Scheiße, so ne weiße Milka-Ko. Komplett weiß einfach und die nennen sie spritzig weiße Milka-Ko. Ey. Hier rutscht es mal von mir hoch. Oh, die sind alle so tanky, das ist doch Scheiße. Könnt ihr nicht einfach... Rutscht euch alle weg. Oh, mein Hals kackt ab. Mein Hals kackt ab? Das sagst du dem, der gerade der Kelch ist? Ja. Irgendwie spielt die Filet. Ich hab das für dich weggetankt. Ich hab's getankt. Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön. I want the booty. Nein. Fuck, wie viel Leben hat der da noch? Ja, du konntest einfach nichts machen. Ja, da war's dann. Alter, wenigstens konnte ich dich noch retten. Oh mein Gott, Dankeschön, mein LifeCyber. Mich hast du nicht gewettet. Ja. Tittenbonus, Alter. Ja. Hattest du auch erwertet? Nein. Ich bin wie Changs, lass mich, okay? Danke für die 15 Gold. Lieber Herr Awardsetzer. Fand ich sehr schön. Hör euch ja mal jetzt meine Musik an, ey. Ansonsten können die gar nicht spielen. Aber dann hörst du unsere bezaubernden Stimmen nicht mehr. Eko-Log-In-Screen-Dauerschleife wegen LOL-Bug. Natürlich auch. Ich hör euch noch. Ich hab die Musik ja nicht laut gemacht. Ich hab sie nur angemacht. Oh, Baby. Ich müsste mal die Log-In-Screen-Musik einfach die ganze Zeit Dauerschleife hören. Wegen so'n Kack-Bug von LOL. Kack-Bug. Ich hab's nicht. Dann musstest du so lange hören, bis du In-Game warst, ne? Nö. Sogar auch In-Game und in dem Spiel und so. Die ganze Zeit. Wir müssen mal auf YouTube so'n Trothang-Getrudel hören. Anhören. Suchen. Ich find das voll witzig. Das wird sich lustig an. No, 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 no. Ich bin so neunmal gestorben, na? Ich achtmal. Ich neunmal. Ich sie als die nur viermal gestorben sind. Uuh, Dragon ist wieder da. Eh, kommt, Leute. Alter, unser Top. Scheiße. Unser Top ist scheiße, da ist schon wieder das Wort. Er müssen war doch gewinn, Leute. Zehn Sekunden, dann bin ich dort. Wenn man in die Maschine guckt, dann kommt man in die Maschine. Ich weiß, was ich jetzt mache. Lukas, der Dragon, war der noch da oder weg? Der ist weg. Ok. Die Schmerzen sind weg. Leute, ich habe eine Taktik. Hm? Darf ich die kaputt machen? AP Tank. AP Tank und dann das Ende. Dann machen die mir kaum noch damage, aber ich teile auch die Fresse aus. Dann mache ich Full AP. Ja, mach du ruhig Full AP. So, jetzt mal letzter Atemzug und dann haben die Tätigkeiten keine Chance mehr. Nein, du wolltest nicht. Kuckuck. BAYONS! 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 C children, wrong! They can shadow you and see me! vier leute kommen du hast von hinten gesagt der Lukas ist jetzt tot das war nur Ausgleichs Ausgleichsmasse wenn ich ein Bot-Game mache dann chatte ich manchmal mit dem Bot weil die auch freu antworten und schon kann mir helfen die Bots schreibt dann immer nicht zurück warum ist ein Bug ich weiß es nicht ich denke eher eine Ratte ich mag Ratten außer sie heißen Twitch und sind ein fucking AD-Carrier was zur Hölle willst du die Hatschie Juppsauer? ich mag Twitch lauf 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 NEEIN DU FUCK SPASS-SCHNITZEL das war ein Vox Solid ich mag Twitch wenn Chile ihn spielt ich hab grad irgendwie Lust mit Darius einfach mal eben voll oben den Typen zu danken Mario hast du Dankend Darius? NEE ich hab den mit Biofarge Mario ja vor allem von mir hat Dankend Darius aus der Skinbox bekommen die das von mir bekommen hat Mario auf die Fresse haut bleibt auf die Fresse haut und von daher da bleibt sich gleich was hab ich denn im Computer gefunden so jetzt müssen wir uns aber mal zusammenreißen verlieren wir das noch? ja das stimmt du nimmst ja noch auf ne? äh NEEIN A A A die labern ein bisschen Scheiß aber das nehm ich jetzt noch komm jetzt spielen wir mal ein bisschen mehr Lust da hast du wieder das Wort Scheiße Leute Leute komm jetzt spielen wir mal ernst ok? ok stimmt wir haben voll vergessen dass es ne Aufnahme ist jetzt spielen wir mal wieder richtig 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 Scheiße aber ich bin der dreckige Gitte los lock sie alle weg damit wir durchpushen können da musst du immer von der Milka Kuh hin ey warum schubsen die dich alle rum? die sind alle so böse Leute warum fokussiert du den Tank? weil das die Milka Kuh ist die alles böse von uns will so und jetzt gehen wir alle immer auf einen bum 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 Boots weg Schlitz 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 aber trotzdem schlitzen wir ihn weg wenn er wieder da ist ach ne Steine putzt man ja weg Boots Crank naja da müssen wir jetzt aber hin wenn die Barren machen will dann jetzt aber die wissen das die haben hier Wards aber ihr braucht mich nicht oh Scheiße das ist eigentlich voll dumm ich kann zu euch Leute ne die wissen dass ihr dort seid die kommen ja Morita dann komm her tanken nein wir haben das schneller down Tanker Support tanken jetzt nicht sterben sonst ist eure Brache ich habe den Starz aber in 10 Sekunden alle zusammengleiben ok bereit warte 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 fünf Sekunden dann habe ich meine UTI ja ok ulti is ready ok alle haben ulti ok kann rein doch gut dass die Weiße gut mitspielt ist doch gut Bomben und Sünder rauskramen. Oh, 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 oh. Milka kommt gleich hier. Äh, SVA wird gleich schießen. Okay, ich bin knapp. Ich bin raus. Die Teamfight ist verloren. Mach rückbord. Fuck. Die Teamfight verlieren wir. Selbst mit Baron, weil wir nicht tanken genug sind. Wir haben keine Tanks. Okay, ich kaufe mir einfach 6 mal Warmox. Nö, die Sache kann sich ruhig mal Warmox spielen. Die Pisser pushen jetzt aber ohne Ende. Warte mal kurz, was hast denn du für ein A-Pirate? Könntest du diesen Raun? Stimmt ja, es wird ja auch früher. Ne, so nicht. Das war schlecht. Vor allem, der hat nicht mal zu viel Damage, dann ist es ja. Der dient nicht mal zu viel. Ja, ich kann den anderen tatschnen. Nichts, wir können den anderen des E-Pirates entfernen. Ja, verwenden wir nicht. Nein, verlieren wir nicht. Wir haben schon mal eins gewonnen. Da haben die uns hier die 2 inneren Türme weggekloppt. und wir haben das noch gewonnen weil die echt zu blöd waren dann noch diesen inhibitor weg zu machen die machen wir brauchen fünften dragon die haben euch gesehen ach schade aber ihr kriegt die noch nein ich brauche hilfe ich brauche hilfe maurice hau ulti rein komm den kriegt er noch nice nice jetzt auf die milker kuh wenn die weg ist dann haben man gute chancen dann könnt ihr einmal die mit durch pushen sind drei kommen glaube ich hier runter ob jetzt die mit ihr kommt mit mir ich höre ich die minions macht ihr schon mal oben wir haben noch 40 sekunden wir haben noch 40 sekunden wo ich bin da wir können oben nein 25 bringt euch nichts geht lieber raus geht lieber ja ist wenig zeitlos geht lieber kurz weg resettet euch einmal neu und dann regroup und win that shit ah milker lag ah gut milker lag das war voll witzig sara du standest wegen dem lag kurz auf einer stelle und dann bist du so über zu schnell wie wenn du so 2000 movement speed hast du vorgereiht hast du vorgereiht ich muss meine ulti jetzt besser platzieren ey so und jetzt noch rabata und so dann mache ich wieder einen gewohnten damage von den makers ja die sind drei 20 sechs mega kuh eine riesen maker kuh der ist ultra tanky das ist so unfair ich bin gerade ein bisschen dezent scheiße oh ja aber richtig dezent und da war schon wieder das wort scheiße kann man das überhaupt schon nach wort bezeichnen sein lebensstil weißt du das ist mein motto scheiße vielleicht sollte ich aber auch auf rüstungsdurchdringung gehen ich wäre doch irgendwie schlauer oder geh auf lebensdurchdringung weise diese olle dreckskuh ne , getröpiert wir sterben jetzt du haust mir nicht ab dann wii dich sehr gut Geil, alle gesiegt. Sehr gut, wir winnen der Sheet. Ja, wir tanken die Scheiße jetzt weg. Wir haben das Ende. Jaaa. Ja, wir haben's gewendet. Alter, was machen wir jetzt von Dammit? Alles nur, weil ich auch Full-RP gehe. Oh, geil. Ja. Cool, cool. Das war ne schöne Runde. War lang, war spannend und ja. Klingt komisch. Naja. Wir hatten Höhlen, wir hatten Tiefe. Doch, es ging gut aus. Es ging gut aus. Was? Ja, und Maurice war ganz schön von Kacke fasziniert. Die Lache. Weißt du, ich hab mehr Support-Kids. Was als Support-Kids? Also ich hab mehr Assists als der Support. Cool. Und ich hab mehr Assists als der Ricknery. Ich hab dich so richtig. Du hast... Ich seh noch nix, ich bin noch im Victory-Build-Charme. Ich auch. Ich war als Sarah, du hast... Ich war schlecht, okay. Lass mich. Okay, wir haben jetzt langsam 2 Uhr 10. Ja. Ich werde zwar noch hier die Aufnahme mal bitte abschließen, okay? Warte doch mal, ich will noch Tschüss sagen. Du hast aber... Du bist ein Panel. Du bist ein Panel. Nein, noch nicht richtig. Tschüss. 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 Abonniert alle Menschen auf der Welt und... Jetzt kommt ihr an sogar ein Weihnachtsgeschenk. Und flamet das Gegner-Team in LoL nicht zu, wenn sie Scheiße bauen. Nehmt euch ein Beispiel an Mauricio. Danke fürs Zuschauen. Kauft euch ne Tüte Scheiße. Dann ist alles gut. Und scheiß wollen. Die Gegner. Nicht vergessen. Nicht surrendern. Eifer immer weiterspielen. Und denkt dran. Die... Die Honigmelone, die entscheidet. Die macht das. Die Honigmelone. Denkt an sie. Denkt an sie, wenn ihr das nächste Mal ein so schönes mitspielt. Sind doch schon halt mit Jinx Meisterschaftsstube 5 bereit. Cool. Das weiß ich noch alles. Spoiler doch mal nicht, du Ei. Das will ich doch schon die ganze Zeit sagen. Nein, ich will das überhaupt nicht wissen. Ja, du hast Meisterschaftsstube 5 mit Jinx. Und ich weiß es schon nicht. So, ich geh jetzt unter die Dojo und weinen. Ne, du warst doch schon geworden in der Dojo, ey. Warne oder Kaka. Ähm. Manu. Ach, da muss ich ja. Da muss ich mal weiter schreiben. Also heute noch mal so viel. Nop. 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 Oh Mann, wir ziehen das unnötig in die Länge. Also dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten mal und haut rein. Tschürde you. Blublblubb.